Lagerfeld trage ich heute. G-Star und das hier ist All Saints. Ich habe von oben bis unten Lala an. Ich trage heute H&M. Das ist Lever Couture, das ist meine Lieblingsdesignerin. Max Mara trage ich heute Abend. Und die Accessoire ist Jimmy's Schuh. Du musst gerade gestehen, da zieht es nicht mehr rein. Mein Gehirn ist eingefroren. Du musst kurz machen, ich guck. Raul. Raul, genau. Raul. Ein ganz, ganz toller Designer. Ja, da kann man schon mal aus Versehen vergessen, was man trägt. Schließlich muss man beim New Faces Award in der Kategorie Film in Berlin gut aussehen, elegant über den roten Teppich laufen und Fragen der Reporter beantworten. Ob Barbara Becker, Caroline Herford oder Bonnie Strange, Hut ab. Alle Promis bestechen durch ihre Lockerheit und ihre tollen Looks. Interessant ist, von wem sich die Vips beim Stylen und Einkleiden so alles inspirieren lassen. Ich blätter natürlich diverse Zeitungen durch, unter anderem natürlich die InStyle. Die ist natürlich immer sehr inspirierend. Also natürlich guck ich immer so ein bisschen, was steht mir, was passt zu meinem Typ. Ich mag es sehr gern casual, lässig, Lederjacke, bisschen sexy. Es sind meistens Frauen auf der Straße. Also ich bin tatsächlich jemand, ich schau keinen Männern hinterher, ich schau immer Frauen hinterher. Schau mir an, was die so anhaben und hol mir da die Inspiration. Also nicht so sehr von Modemagazinen da auch, aber mehr so von der Straße. Also heute war das Cinderella, klar, unten und oben Strubelpeter war so die Inspiration heute. Ob elegant wie Cinderella oder wild wie Strubelpeter auf dem roten Teppich des Nachwuchspreises glänzen sie alle. Wir freuen uns auf noch mehr junge Talente zum nächsten New Faces Award. Der wird dann demnächst in der Kategorie Fashion verliehen. Ich bin echt nicht aufmerksam. Untertitelung des ZDF, 2020